Hallo und willkommen zur 23. Folge von Politik-Tycoon mit der Kommunistischen Partei Deutschlands. Und es gibt gleich zwei wunderbare Ankündigungen hier. Der erste ist, ja, ist mal wieder soweit. Es gibt keine 50 Jahre zwischen den zwischen zwei Folgen. Es ist Nummer 1, eher Feststellung als Ankündigungen. Beides, mit dieser Folge 23 ist Politik-Tycoon mit der Kommunistischen Partei Deutschlands nun das längste Politik-Tycoon-Let's Play auf diesem Kanal und hat die Partei die Rechte überholt. Einen Applaus dafür bitte, Dankeschön. So, und zeitlich dürfte es auch eines der längsten sein. Wir machen jetzt mal weiter und wir haben jetzt zwei Landtagswahlen anstehen. Wir sind völlig in den Miesen. Dafür haben wir eine tolle Festgeldanlage. Auch, dass es ja schon gut Gewinn abgeworfen hat. Also hoffe ich, dass wir jetzt ein bisschen Geld neu reinkriegen hier. Ich muss es auch schreiben. Wer braucht schon Mülltrennung, ne? Hm, braucht keinen Schwein. Mülltrennung braucht man einfach nicht. Nee, nee, nee. Ein Mann, nur 835. Mülltrennung wird völlig überbewertet, du. Völlig. Das kann ja gar nicht sein hier. Ja, aber haben wir auch kein Geld. Müssen wir halten. Ein bisschen verlieren können wir aber in Kauf nehmen. Ach, wir können leider nicht bestichen. Das wird wahrscheinlich nicht durchkommen. Wir haben 1,5 Millionen. Die wären halt schon gut. Grün stimmt dafür. Ja, dagegen ja. Millionen dagegen ja. 8D dagegen ja. 8D dagegen ja. Okay, das kommt nicht durch. Ja, schade. Ich versuche es aber nochmal, glaube ich. Der Lose verlässt ja. Drei Wochen ist Sachsen dran. Ich würde jetzt gerne sagen, wir können uns ja nochmal schön verunzufärben leisten, dass wir auch nichts verlieren. Aber das können wir uns momentan gar nicht leisten, du. Ich gehe jetzt sogar in Ewigkeit mal wieder auf 13.000 runter, du. Also, AfD übernimmt Sachsen wahrscheinlich hier. Dann halt so. 14,61%. Könnte schlechter sein, du. Könnte schlechter sein. Das ist ein sehr gutes Ergebnis immer noch. Wir haben dazu gewonnen. Das ist ja, was zählt. Könnte durchaus eine Regierung anführen, aber die AfD führt wahrscheinlich an. Die Linke muss halt zustimmen. Das ist quasi unmöglich. Es gibt halt auch einige Oppositionsparteien eventuell zustimmen. Also, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass es durchkommt, ne? Oh, die Freien Wähler stimmen dafür. Ja, es ist durch. Es ist durch. Ich kriege 1,5 Millionen, du. Mülltrennung ist abgeschafft. Er braucht schon Mülltrennung. Wir leben in einem freien Land. In einem freien kommunistischen Land, ja? Er braucht da schon die Mülltrennung. Volljährigkeit anheben. Wir kämen denn auf die Idee, dass wir korrupt werden? Niemand käme auf diese Idee. Naja. Ich meine, können wir ja keinen echten Politiker für verantwortlich machen, für die Abschaffung der Mülltrennung. Relativ klug. Aber keine Klage am Hals. Windu und DAX regiert momentan. Wer hat denn davor regiert? Weiß ich gar nicht. Ist auch egal. Windu, das war. Herr Lauterbach? Ne, ne, ne. Angeholt. War also wahrscheinlich AfD. Die Bürgerschaftswahl in Bremen steht an. Also, jetzt lasse ich das Geld auch bei uns auf der hohen Kante. Mit wie ein bisschen. Aber ich zahle 1,5 Millionen. Aufs Sparbuch. Denn wir kriegen ja gut, echt gerade gut Sparbuch zählen. Dann lohnt sich das richtig. Ah, ja. Sind sie ja noch besser für Festgelder. Was ist denn los? Das waren jetzt vier Wochen. Mal, wie viel wir dann dazu bekommen haben. Die AfD dürfen wir nicht. Die AfD können wir nicht. Dann sind wir mit der AfD. Aber nur. Ja, AfD, Linke, Piraten, SPD, UNO und Karl-Heinz Paket. Negativer und ein Kurs. Überbericht gleichzeitig so. Und wie viel Geld haben wir jetzt auf dem Spargrund? Jetzt sind 1000, Leute. Jetzt ist das ordentlich Geld, was wir da in so einer kurzen Zeit herkriegen. Da hinten. Vielleicht mal ein bisschen dekadent hier. Wir brauchen nämlich echt Mitglieder. Schön, wenn man so Mitgliederkampagnen machen könnte. Echt. Renate Künast ist eines natürlichen Todes gestorben. Aber Renate Künast ist von der Partei. Äh. Interessant. Das können wir doch nicht verlieren. Mal. Der SPD mal Spionierler. Die sind ja auf dem ganz Deutschland plötzlich auf dem. Oh, Marchner. Dann ein bisschen ins Minus gehen mit der Partei. Genau. Fallmanipulation in Hessen. Wow. Hessen. Respekt. Ja. Könne durchkommen tatsächlich. Es ist wahrscheinlich kommt es durch. Aber bei meinem Glück kommt es nicht durch. Also bitte wieder mit den Vierstärksten. Volljährigkeit 19. Fröhren an alle 18-Jährigen. Halt, boof. Alle 18-Jährigen. In diesem Jahr hier. Denn da sind alle, die jetzt dieses Video schauen, schon über 18. Entsprechend. So. Ich entschuldige mich bei euren Kindern und Kindeskindern. No. So, Bremen. Boah, 30,67%. Das sind Ergebnisse, von denen man nur träumen kann, du. Ja. Ohne uns kann nicht regiert werden. Plus, minus 0 Sitze. Das ist völlig in Ordnung. Sagen wir da bleiben. Bereiten wir jetzt aber schon mal die Landtagswahl in Bayern von 38 Wochen. Und machen dann tatsächlich nochmal 20 Wochen Gesamtlandwerbung. Ach, wieso haben wir noch am Laufen? Ich dachte, hätte ich vorher angefangen. Naja. So, und jetzt führen wir erstmal wieder die Mülltrennung ein. Das ist ja sonst echt, äh, absurd. NPD müssen jetzt echt keine Regierung machen. APD und Linke. Sehr schön. Margot Windu. Jochen. Bravmöglichkeit senken. Forschungsausgaben erhöhen. Ja. Haben wir gerade schon leider eine Sache am Laufen hier. 660.000 Arbeitsgeber. Dank aber auch, du. Unglaublich unfair. Unglaublich unfair. Boah. Die Grünen stimmen gegen Mülltrennung. Wie auch lustig. Die Union dafür. Hm. B dafür. Linke dafür. Dann müsste das durch sein. In der Partei. Sonst schnapp gescheitert wäre. Heil des Tod. Aber das jetzt hier wieder liberal ist, den. Toll. Herr Vincenzons. Jetzt Forschungsausgaben erhöhen, ne? Äh, welches Ministerium ist das denn? Staatsreise machen zum Beispiel nach China. Forschungsausgaben erhöhen, ne? Das bringt halt 2 Millionen. Das andere bringt weniger. Forschungsausgaben. Forschungsausgaben. Statt den. 93197367. Und aufrunden hier. 6 Wochen. Pratsch. 26 Wochen in Bayern. Da tritt Karl Lauderbach an. Würde ich natürlich gerne Radio-Werbung machen. Aber. Wir wurden ja gerade beraubt. Das ist natürlich viel zu teuer, Freunde. Wenn wir uns das leisten können. Naja. Sind das hier los? Was ist hier los? Sind wir jetzt hier? Wieder verlieren. Komm mal. Hessen kommt ja mal kurz nach Bayern. Sieht sehr gut aus. Bei der Union müssen wir uns nochmal nachhelfen. Äh. Schön. Drei Wähler dagegen. Union dafür. Sehr schön. AfD dafür. Sehr schön. AfD dafür. Gut. Hätten wir gar nicht bestechten müssen. Linke dafür. Alles super hier. Perfekt. Andere, das Spendern, gut, kriegen wir nicht mehr hin. So Strafmündigkeit senken. Wir probieren's. Denn. Wir machen halt Politik, wie es uns gefällt. Es ist halt wie es den Spendengebern gefällt. Von Millionchen. Ich hab jetzt schon über 100.000 Jahre dem Gedöns hier gemacht, ne? Von. Also. Aber Festgeld mach ich nicht so gerne. Haben wir jetzt schon ein bisschen Festgeld. Das ist. Also, es läuft. Es läuft hier. Es läuft grad für uns. Also, finanziell zumindest. Das ist für uns gewesen. Erhöhen. 240.000. Dafür macht man noch nix. So. Deutschland. Oder Bayern. In. Und so ungern nichts mache. Welche Partei hat denn, äh, die meisten Mitglieder? Die Partei ist ja unglaublich, was die für Mitglieder haben. Wo ich öfter spionieren bei denen. Mal frei zu. Die müssen ja so viel Geld haben, dass die noch nicht alle Wahlen gewinnen. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Wie Sellerie. Kreativer Bericht. Ah, gut. Hm. Ah, läuft nicht so. Wann ist denn jetzt Hessen? Das ist wohl verschoben durch die Neuwahlen, die wir zwischendrin hatten, ne? Meine eigene Gesetzesentwicklung. Meine eigene Gesetzesentwicklung. In der Opposition hier angenommen, finde ich toll. Hm. Der loyale Koalitionspartner. Loyaler als ich selbst. Wir sind ja schon. Hallo schon, ja. Bundestagswahl. Aber Hausewein tritt nochmal an. Oder wer ist beliebter? Lauterbach oder? Hausewein. Beliebter als Lauterbach. Ja. So. Wir haben also 23 Wochen bis zum Bundestagswahlen. Und kurz nochmal. Vision, ich mache ein Konto. Genau. Ja, schön. Eben. Erstmal eine Million, das sie miteinander machen. Bayern aus. Scheiß in Bayern aus. Das heißt, wir spielen hier bei den Freien Wählern. Boah, schon machen können eigentlich, aber bei Einmanipulationen in Brandenburg. Ja gut, das funktioniert nicht sehr stark auf Bayern aus. Ich bin bestimmt, aber naja. Ist in der Realität, wenn die Wahlmanipulationen vorbreiten, dann werden die im ganzen Bund unwählbar geworden für die meisten Menschen. Außer die Partei heißt Union. Oder die Partei Bund heißt Union. Dann werden sie noch viel wählbarer geworden. In Radio-Werbung. Natürlich sehr gut leisten. Muss ja ja längst als stärkste Partei abgelöst worden. Ja, wir haben dazu gewonnen, als einzige Partei nach neben der SPD und der NPD. Völlig bescheuert hier, Parlament. Keine absolute Mehrheit für die Freien Wähler. Das ist deprimierend, ne? 104 Jahre, die Vorsporn doch. Oh. Haben wir auch über 3 Millionen zur Verfügung. Oh. Wir machen jetzt, wir gehen jetzt voll auf Risiko hier. Kann sagen, ja. Barbuch. War ja halt die Freien Wählers, die da so stark sind. Das macht halt viel aus im Bund leider. Jetzt können wir uns das nicht leisten. Gehen dann natürlich immer noch mit ins Minus. Können uns jetzt halt quasi nichts mehr in Niedersachsen leisten. Wenn wir ein Bund Radio-Werbung machen, dann ist das ja auch ausverkauft. Auch in Dispo hier. Das ist das Risiko, was wir hier machen. Aber das gefällt mir doch. Vielleicht kommen wir sogar in die Regierung? Nee. Wir gehen lieber mit der NPD was ein. Und Monika Grutas von den Freien Wählern abreden. Natürlich. 1000. Das heißt, wir gehen jetzt 13.000 hoch. Erbung ist echt was Feindes im Bund. Kann man schön Mitglieder hier kriegen. Festgeld fertig. Oh, schön. Genau das habe ich gerade gebraucht. Bundeshaftbeinkommen wird sicherlich wieder an Festgeld annehmen. Oh, das kann doch nicht sein, jo. Wir machen doch gerade alles, was in unserer Macht steht, wirklich. Wir greifen jetzt alle Parteien einmal an. Ja. Voll auf Risiko gehen, alles Geld raushauen, du. Und die Wahlen, die machen wir jetzt auch noch in dieser Folge. Keine Neuwahlen. Das ist meine einzige Hoffnung. Bei Neuwahlen kriegen wir uns natürlich wieder schön Geld. Wenn wir Prozente verlieren, dann hoffe ich wohl, dass es Neuwahlen gibt es natürlich. Verlieren wir haben. Wir haben nur den meisten Dachswahlen, also wir haben eigentlich in allen dann Dachswahlen dazugewohnt. Und das ist halt auch mit der letzten Bundestagswahl bedingt. Oder weil der Partei nicht reinfinden soll. Da ist glaube ich kein Spionagebüro, deswegen finden wir so wenig. Das ist doof. Doof, doof, doof. Wir fahren jetzt alle Geschütze auf hier. Keben, Brandenburg, Amp, Zayama, überall so. Hessen, Meck, Proben, vor allem Nordrhein-Westfalen, Bundesland, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und natürlich auch A. A. Alter. Wir können doch keine Steuern senken, seid ihr denn verrückt? Wir machen doch so schon kein Geld. Sollten wir die absolute Mehrheit hier haben. Pff, kein Geld. An sich, ja klar. Wir haben weniger Steuern. Das ist ja mittelklasse, das ist ja, glaube ich, aber kein Geld, da kann man doch keine Steuern senken. Wir sind kurz vorm Bankrott und die wollen Steuern senken. Jaja. Dass hier kein Bankrott möglich ist. für meine Regierung unbeliebt, sagen wir es so. Auch wenn es die letzten Regierungen natürlich im Endeffekt verursacht haben. Pollen bauen aufeinander auf, ja. Zureisen wir dann nochmal. Staatsreisen haben wir aber auch Geld. Dann möchte ich wenigstens noch auf 16 Cent gewählt werden. Dein Herzen zu. 2, 3, 7, das ist ein okayes Ergebnis. Gras doof. Ganz doofes Ergebnis. Kann aber ohne uns, glaube ich, nicht regiert werden. Ist es schon mal. Ja. Ne. Ich dachte, gelbe vorm Ei, aber man kann mit arbeiten. Fragen? Beste Geldanlage, bitte. Ah. Bestgeld. 2 Millionen. Daran. Richtig hier mal auf den Putz hauen. Ja, Sachsen kann ich ja gleich noch was machen. So. allen mal mitverhandeln. Wir müssen ja da reden. Ich habe mal KPD, SPD, AfD, Grüne, ja klar. Ich möchte auf jeden Fall den Umweltminister. Der Rest ist mir egal. Aus müssen. So, gut. Dann nehmen wir halt hier ich weiß gar nicht mehr vor, welchen Posten hatten. Dann Annette Groth, Joachim Paul und uns Rottergenau. Weil wir auch echt neue Politiker brauchen. Also. Ministerpräsident und sowas später. Wir machen als Nachwuchspunkt. Genau. Bundeskanzler Andreas Bausewein, Arbeitsminister Philippe Rösler, Außenminister Klaus Rembkes, Bildungsminister Bernden Siebler, Familienministerin Christa Rudimer, Finanzministerin Katrin Göring-Eckardt, Gesundheitsminister Nico Semsroth, Umweltministerin Ariane Meise, Verkehrsminister Herr Vincent Sens und Verteidigungsminister Frank Kuhmann. Na klar. Staatsbundes, das ist sehr schön. So. Er sagt, es machen wir gut Zuwachse. Boah, ne. Ne, ne. Oder war er steht, ne. Dann zahle ich erst mal 2 Millionen aufs Sparbuch ein. Das können wir jederzeit abheben, aber Sparbuchzinsen sind einfach zu gut für mich da nicht drüber zu kümmern. Und dann finde ich diese Maxi-Folge mit Verlusten bei der Bundestagswahl, aber prinzipiell einem deutlichen Aufwärtstrend. Genau. Dann sage ich vielen Abwürgen zu schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.